Hallo zusammen. Kennen Sie die noch? 20 Jahre alt, rauschen immer dann, wenn man es nicht brauchen kann, sind groß, sind unbeweglich und einfach auch nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es jetzt was anderes. Ich bin Helga, ich bin Digitalbotschafterin und ich möchte heute mit Ihnen über Bluetooth reden. Und das ist es. Mein Handy, auf dem all das drauf ist, was mir Spaß macht. Nämlich meine Musik, meine Hörbücher. Aber hören da drauf, das macht wirklich keinen Spaß. Es gibt etwas Wunderbares in der Zwischenzeit. Und zwar ist dieses Handy Bluetooth-fähig. Das heißt, ich kann dieses Handy verbinden mit Geräten, die diese Eigenschaft auch haben. Und ich zeige euch, wie das geht. Ganz einfach. Ich drücke auf das Zeichen und schon zeigt mir mein Handy, was in der Nähe ist. Zum Beispiel dieses wunderbare Gerät, ein mobiler Lautsprecher. Ich kann ihn überall hin mitnehmen. Ich kann ihn mitnehmen, wenn ich Party habe oder was auch immer. Und dieses Gerät ist jetzt gekoppelt mit meinem Handy. Das heißt, zwei, die sich verstehen, die kann man auch verkuppeln. Und so machen wir das auch. Ich drücke drauf. Touches an. Es hat Klick gemacht. Die beiden sind verbunden. Ich kann Musik hören. Und nicht nur dieser kleine Lautsprecher kann euch einen Musikgenuss verschaffen. Das geht auch anders. Im Auto könnt ihr es hören. Auf langen Reisen ein wunderbares Hörbuch. Ihr könnt es auf eurer Anlage hören. Richtig gute Qualität. Und was ich besonders liebe, Kopfhörer. Auch die sind Bluetooth-fähig. Und ich werde jetzt in meinen Wald gehen. Ich werde eine Runde laufen und werde genau wie hoffentlich ihr Spaß haben, probiert es aus. Und Tipps bekommt ihr von Silbertipps. 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 Untertitelung des ZDF, 2020